Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. Mit dabei der wundervoll, sexy, beharrte Ulysses und... Nein, nein, nein. Aua. Meine Augen. Die Bilder hab ich doch gar nicht angeschaut, fällst du mal auf? Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Okay, das bringt uns nicht weiter. Da, wenn wir da lang gehen, kommen wir von unserer Seite noch raus. Jetzt haben wir schon alles im Inventar. Dwing, die Bälle, Echsenhaut, Zange, Monsterfußball, Tafel und Ulysses Helm. Hier können wir nur mit denen reden, das bringt es sich weiter. Dann gehen wir ihnen auf. Fangen wir nochmal an bei der Schillhautzone. Bisschen. Oh. Rotlich auf der Baden dough. Aua Reis. Wer immer noch ein. Oh die Abend kümmt. Daher konnte ich auch hin. Ähm. Älteste Un... Bist du einer von den Ältesten? und vor allem bin ich gerade beschäftigt, also verzieh' dich. Okay. Was weißt du, wo geht's da lang? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal, dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Ja. Okay, wir erkunden jetzt einfach mal ein bisschen. Wir versuchen einfach weiterzukommen, wir versuchen aber zu erkunden und einen Plan zu kriegen. Ah, den Ältesten kennen wir ja. Das ist ja, glaub ich, der Oberbabu da. Ältester Trois. Trois, Trois. Hier ist auch der Klöppe. Wurst, Pfingstwurst, was? Nein, jetzt hab ich Bock auf ne Wurst. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Ähm. Wurst, Pfingstwurst. Wurst, Pfingstwurst. Der Automat für ihr persönliches Wurst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Mh. Mh. Ok. Kommen wir hier noch weiter. Alter, wie weit geht das? Erstmal hier die Klappe öffnen. Und da haben wir wieder nur an der Tassetten-Schlitz. Und wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir nur wieder zum Streich-Schlitz so. Mh. 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 Hörst du auch dieses besorgenes, erregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Stroh. Und ein Alureflektor. Moment. Alu? Stroh? Das kann mir verdammt werden. Das kann doch nicht. Et voilà. Ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origanen. Okay, ein weiterer Alu-Rot. Brauch ich die Plastikbälle schmelzen? Weiß noch nicht. Als in der Satz geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals? Oder nur ein weiterer Nebeneffekt, ein geatmeter Plastikdämpfe? Jetzt haben wir geschmolzen. Jetzt haben wir Plastikschmelzen. Ich bin da jetzt eben drauf gekommen, weil er ja eben gesagt hatte, die schmelzen ja schon fast. Was können wir nochmal? In der Funzone muss man erstmal nicht hin. Nur was im Habitat ringt. Tell-O-Zone waren wir grad eben. Gehen wir nochmal in Golds-Habitat. Was haben wir hier? Hier ist einfach nur das Bilder und der Flügel. Könnten wir etwas hier noch machen? Mal überlegen. Okay. Warte mal. Ich muss mal kurz den Flügel anhören. Ich nenne es Etude für Goal in A7, oben Kariös. Ich hätte eine Idee. Könnte man hier irgendwie... Ich möchte jetzt sagen, ob ich mir so ein... was rausziehen? Sag mal. Das war Fisto-Banause. Wieso man weit geht? Die könnten man doch bestimmt... Oh, nein, nein. Das hasse ich. Weil man kann bei Deponia, sieht man gerade hier bei mir im Bildschirm. Da rechts. Da bleibt so ein Rest oben hängen von dem Cursor. Aber man kann rausgehen. Das ist richtig... Kannst du das aufnehmen, finde ich. Kann man da jetzt echt den Wald hier reinsetzen? Das war ein schöner Ton. Aber etwas farblos. Um zum Computerkehren zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Hm. Fanden so ein ältester auch nochmal? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Natürlich. Hm. Was sieht das? Warte mal. Wurde eben gesagt, hier bei der Chill-Oxon ist so ein... Wurf... ...Gedönsel... bei der Cocktail-Bar. Hier dieses Wurst-Fings-Wurst. Für die Wurst-Case-Szenarios. Ich glaube, man kann da den... Wald-Key reintun. Bisher kein typischer Spruch. Das sieht interessant aus. Das könnte klappen. Bitte lass es knappen. Bitte, 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 bitte. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Was haben wir... Jetzt haben wir einen Wurst-Key. Okay. Okay, wenn das jetzt klappt, dann kriege ich... Da frage ich mich echt, wie man darauf kommen soll. Ich hatte so eine Vermutung gerade. Nein, das... Das kann einfach nicht klappen. Nein, das darf nicht klappen. Nein. Das war das Bescheidste aller Zeiten. Bitte lass es jetzt nicht klappen. Da, wer sagt's denn? Rot wie Taks Nase am Schlammkuchenfest. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Eine Rotlichtlampe, natürlich. Der Läcki schaß euch so was hier. Ja, gut. Red Key rein. Der schon wieder. Okay, was haben wir hier alles? Weitere Seiten schützt wieder. Ein Schalter. Computer und ein Tower. Nehmen wir mal zum Computer. Und hallo, Ronny. Ähm. Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis Funzone slash Data slash Funpoints. Moment. Bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G. Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen. Ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. Hier ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine Märkidil. Nichts, lieber Ronny. Ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Was ist denn hier mit dem Tower? Also, das ist der Alu. Die Pressplatte? Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du's nennen willst. Wohin. Manchmal zähl ich sogar Benzelsweichmurmel dazu. Hm. Mein Gehirn. Das Gehirn sollen wir nicht vergessen lassen. Das heißt, wenn wir ein Side-Reset machen, vergiss das wieder, die Punktzahl. Und so könnten wir theoretisch gesehen... Was? Was tust du denn da? Wir werden mit einem Mal so... Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui. Das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was habe ich? Fusch. Alles weg. Was? Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienst, Bond, Steuerung, Sicherheitsprotokolle, Gen-Codes von ausgestorbenen Tierarten. Puh, wer es braucht. Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Bip. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Ja, ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Äh, warte kurz. Bip, bup, 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 bup. So. 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar. Ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne. Trink. Wasservorräte werden abgelassen. Äh. Party. Wuhu. Okay, wo ist der Scanner? Da. Wer hat gesagt, wir können Tiere scannen? Nixen haut. Scanner DNA-Probe. Brrr. Wieip. Erkenne Spezies. Fest Speichel, Waran. Update Datenbank und Drucker-Sicherungs-Data-Sette. Was? Achso, wir haben eine Datasette jetzt bekommen. Die Datasette kann doch dann bestimmt da in den Datasetten-Schlitz. Ich mach einfach mal. Schalten. Ähm. Und jetzt? Was haben wir jetzt? Ich verstehe es gerade nicht. Ich nehme die Datasette jetzt einfach mal wieder raus und gehe. Naja, egal. Wir haben jetzt 10.000 Spaßpunkte. Dann gehen wir doch jetzt mal zu den Ältesten. Der erste war ja, ähm, der Chillout-Zone bei der Cocktailbar. Das ist Deux? Also. Ah, Französisch. Deux, du. Hier haben wir Trois. Und hier haben wir, äh. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt? Eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja. Aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Viel zu zierlich massieren? Können wir dir mit Ulysses Helm? Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Natürlich. Ein bisschen Plastikschmilz? Stopp! Was hast du vor? Ich will dir eine Schulterglatze verpassen. Wir Experten nennen das Rückenrode. Tja. Äh. Die Idee hat was. Aber erst muss meine Massage beendet werden. Hm. Morzerfußpantoffeln. Ah! 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 Hör! Aufhören! Ah! Ah! Oh! Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Wir wollen die Welt retten und dürfen jetzt hier eine Malte und knackern den Rücken wachsen. Aua! Hast du es geschafft? Äh. Ich würde das nur allzu gerne ungeschehen machen. Zu dumm, dass Future Goal die Zeitmaschine geklaut hat. Ich glaube, wir müssen erst mal weiter gehen. Ich glaube, wir müssen erst mal weiter gehen. Das müsste eigentlich klappen. Erkenne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Silber-Rücken-Gorilla. Nein! Moment! Ältester Ohn? Den nehme ich bestimmt nicht nochmal in meine Datenbank. Auf letztes Mal hat sein Gen-Code meine Sub-Prozessoren benutzt, um seine Fuß-Daten zu entornen. Waaah. Alter. Oookay. Äh. Nein. Äh. Jetzt war ich zu schnell. Dann gehen wir nochmal zur Chillout Zone. Hier geht's zum Spa. Da kommen wir gerade her. Dann gehen wir nochmal zur Cocktail-Bar. Hey, jetzt ist ja gar nichts mehr los. Kann ich den Drink zusammen mixen? Ja, mit zwei Drinks. Ab in den Mixer damit. Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglobt. Halte durch, kleiner Tuckleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Äh. Nein, stopp! Tuckleberry Finn darf nicht in den Mixer. Hm? 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 Äh. Äh. Was? Hm. Können wir da irgendwie was zusammelassen? Nein, stopp, Tackle berief. Ja, ja. Ha, ha. Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verloren gegangen ist. Okay. Okay. 4 CL, aber hier sind wir schnell. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau. Und in den 4 CL Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Nehmen wir mal eine Riesenwarte. Das ist jetzt Chefsache. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Ich hasse es. Streichelst du? Können wir jetzt auch was bei den Habitaten wieder machen? Hier, der ist bestimmt immer noch am Duschen, oder? Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch schrumpelpumpelhaut. Ich gehe jetzt mal hier raus. Und ich beende dann jetzt hier mal die Folge. Und würde sagen, tanzen wir uns beim nächsten Mal wieder erneut auf Elysium. Bis dahin. Tschüss.